Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr eingeschalten habt. Heute ein Video zu Dishonored, der Definitive Edition. Ein How-to-Cheat-Video, wie man unter anderem Items, Munition und Geld cheaten kann. Dann, ich bin hier an diesem Hafen, das ist relativ am Anfang, ich komme dann hier im Grunde die Treppe hoch zu diesem Schmied, dem Pierre. Der ist unser, im Grunde unser Handelsposten, der über den wir unsere Werte verändern können, sagen wir es so. Der wird uns gleich helfen, dass wir cheaten können. In erster Linie brauchen wir natürlich wieder Cheat Engine, ganz klar. Und wir brauchen etwas, dass wir cheaten können. Und dafür haben wir jede Menge, jede, jede Menge in dem Spiel. Einmal gibt es diese Münzen hier, die können wir cheaten, das ist unser Geld. Dann, äh, bei der Munition können wir uns die Pistolenkugeln, die Armbrustbolzen und so weiter cheaten. Ähm, hier diese Gesundheitselixiere, die kann man auch cheaten, also Itemcheat sozusagen. Und, äh, später wahrscheinlich auch, da wird es dann noch ein Nachfolgevideo geben, ähm, was da noch fehlt, ist entsprechend die Verbesserung. Die habe ich noch nicht freigeschalten, deswegen wird es da ein Folgevideo dazu geben. Ähm, aber jetzt aktuell erstmal nur drei Cheats. Wir fangen mit dem Münzen an. Das geht am besten, indem man hier zum Pierre geht. Und dann kann man hier sich schon, äh, Verbesserungen kaufen oder eben entsprechend Munition. Gut, wir gehen mal in Cheat Engine rein, wählen hier unser Dishonored aus. Und suchen jetzt mal nach unseren Münzen, also suchen wir jetzt nach 531, äh, First Scan. Genau. Und jetzt kaufe ich mir mal zum Beispiel eine Granate. So. Jetzt bin ich noch bei, äh, 461. Next. Und da haben wir es schon. Und jetzt mache ich aus diesen 461, 461.000. Wenn ich mir jetzt nochmal was kaufe, zum Beispiel einen Armbrustbolzen, kann man sehen, er springt direkt um. Und jetzt haben wir unsere 460.000. Und jetzt kann ich im Grunde direkt schon den zweiten Cheat anwenden. Jetzt machen wir hier wieder ein New Scan direkt. Und jetzt kann ich hier nämlich auch schon sehen, von welchem ich immer jeweils wie viel habe. Also hier 0 von 5 von dieser Springmine. Von den, äh, Betäubungsbolzen habe ich 3 von 10. Von den normalen 7 von 10. Und so weiter. Das heißt, das kann ich jetzt hier wunderbar kombinieren. Indem ich jetzt hier einmal nach der 7 von 10 suche. Äh, nach der 7 in dem Fall. Äh, ja, Exact Value 4 Bytes, natürlich, klar. Äh, habe ich vergessen zu erwähnen. So, jetzt raufen wir uns einen, einen Pfeil. Machen, na. Suchen nach 8 von 10. Dann. Nochmal. Jetzt raufen, suchen wir nach 9 von 10. Und jetzt nach, im Grunde, jetzt ist es voll. Jetzt suchen wir nach 10 von 10. Ähm, das sollte nicht stören. Jetzt muss ich halt einen, einen Armbruchsbolzen verschießen. Wie konnte das gesch... So, jetzt wieder 9 von 10. Und da ist er. Also, ihr habt gesehen, ich muss jetzt viermal filtern. Also, einmal suchen plus viermal filtern. Insgesamt fünf Suchvorgänge. Ähm, damit ich ihn finde. Wir gehen wieder ins Inventar. Munition. Und jetzt müssten wir hier gleich sehen, wenn ich jetzt hier den Wert bearbeite. Jetzt haben wir ja 9. Jetzt setze ich den zum Beispiel hoch auf... Keine Ahnung, 900. Oder mach mal was Kreativeres. Machen wir mal 3000. Zack. Wenn ich jetzt einmal raus und wieder reingehe. Ins Menü. Müsste er das eigentlich... Da, 3000 hat er direkt genommen. Ähm, hier bei den normalen Pistolen, bei den normalen Kugeln, habe ich schon gecheatet. Das könnt ihr hier sehen. 1893. Ähm, deswegen kann ich es da jetzt nicht zeigen. Aber das werde ich jetzt theoretisch. Deswegen reite ich jetzt auch nicht großartig da rum. Bei den Brandbolzen und bei den Betreuungsbolzen überall kann ich das natürlich auch machen. Bei den Granaten natürlich auch. Also bei jedem Item, das sich hier irgendwie stacken lässt, irgendwie stapelnd, kann ich hier bearbeiten. Ähm, ich habe es jetzt eben nur für die Ambrusbolzen gezeigt. Für die anderen funktioniert das natürlich genauso. Lässt sich so adaptieren. Ähm, wir machen jetzt noch mit Sokolvs Gesundheitselixier weiter. Das ist ein bisschen kompensierter, weil dafür müssten wir Leben verlieren. Das ist hier auch wieder ganz praktisch. Weil ich kann nämlich hier... Gewohnheit eh gedrückt. So. Diese Tanks hier auffüllen. Und die explodieren dann, wenn ich sie werfe. Und dann kann ich jetzt natürlich, wenn ich im richtigen abstoppe, dann nimmt man ein bisschen Schaden. Man darf natürlich nicht zu nah rangehen, weil sonst stirbt man. Und das ist natürlich auch nicht gut. So, jetzt. Jetzt gehen wir in unser Inventar. Wir haben ja jetzt vier Stück von denen. Das heißt, wir machen jetzt hier New Scan 4. Diese Gesundheit sind natürlich für die Heilung da. Klar, stellt Gesundheit sofort wieder her. Und wenn man die natürlich cheatet hat, dann kann man im Grunde unendlich leben. Also warum mache ich das? Das Leben selber lässt sich nicht cheaten. Aber die natürlich die Gesundheitselixiere. Und dadurch kann ich mich natürlich unendlich oft heilen. Nehmen wir ein Gesundheitselixier. Zack. Jetzt haben wir noch drei. Das heißt, wir suchen jetzt hier nach drei. So. Zwei. Und da ist er. Haben wir jetzt den Wert gefunden. Jetzt haben wir hier die zwei. Jetzt kann ich die nehmen, bearbeiten. Change Record, Value. Jetzt machen wir da einfach mal 99. Keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal. Setze es einfach mal hoch. Um zu schauen, ob es grundsätzlich funktioniert. Und da ist es 99. Und jetzt kann ich auch nochmal mir Schaden zufügen. Und wenn wir jetzt nochmal so zu sagen, wenn wir jetzt sozusagen uns jetzt hier nochmal Schaden zufügen und ich jetzt einen benutze und er nicht runterspringt, sondern auf 98 geht und eben nicht auf 1, also auf den vorigen Wert zurückspringt, dann passt das. Also das sind so im Grunde, also bei Ressourcen, eben Geld, die Heilungstränke und bei der Munition, die kann man sich einfach kaufen, kann man sich hier die Munition auch cheaten, hoch cheaten, also übers Maximum vor allem. Ähm, was ja, was ich ja wesentlich interessanter finde. Genau. Und das soll es auch schon gewesen sein. Also falls es da noch was gibt, wird es geben, weil gibt es ja hier noch diesen Reiter Verbesserungen. Da ist ja noch nichts drin. Ähm, da mache ich dann noch ein Folgevideo dazu, falls es da noch irgendwas gäbe, falls nicht, dann halt nicht. Ähm, auf jeden Fall danke für's Zusehen. Hoffe es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like und ein Abo da, das bedeutet mir sehr viel, weil das mir zeigt, dass euch das Video gefällt und, äh, dass ich weitermachen soll. Ähm, schreibt mir einen netten Kommentar, würde mich auch freuen. Ich lese mir die Kommentare durch, ich versuche darauf zu antworten. Und, ähm, genau. Ansonsten könnt ihr noch auf meinen Zweitkanal vorbeischauen, der ist unten verlinkt. In der Videobeschreibung oder auf meinen Twitch-Kanal, da mache ich auch regelmäßige Streams. Ähm, genau. Hier könnt ihr jetzt meinen Kanal abonnieren und hier oben ist eine Playlist verlinkt. Da sind alle meine Cheat-Videos, die könnt ihr euch mal anschauen. Sammelt Sorium aus verschiedensten Cheat-Videos, die sich so über die Zeit, über die Jahre schon angesammelt hat. Und hier unten ist einmal, nee, Entschuldigung, hier ist ein Video verlinkt für den, äh, was der Algorithmus für euch ausgewählt hat. Und hier unten ist die Playlist. So. Dann nochmal, danke euch für zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Cheat-Video. Haut rein. Cheerio.